Guten Morgen, ich freue mich in eurer Mitte zu sein. Ich war ja vor einem Jahr schon mal hier, vielen Dank für die Einladung und ich komme gerne, weil wir den allerbesten Auftrag haben und wir dürfen diesen Auftrag wahrnehmen und darüber möchte ich mit euch heute sprechen und ich sehe, ihr nehmt diesen Auftrag hier in Loma Donrad sehr ernst. Ihr habt ja jetzt am Gemeindehaus sehr, sehr viel investiert, das sieht wunderschön aus und ich habe mich ein wenig umgeschaut. Der Auftrag, den wir haben und den wir erfüllen, ist sehr, sehr vielfältig und es sind in dieser Gemeinde, viele Geschwister, die verschiedene Gaben bekommen haben und die diese Gaben hier einsetzen. Wir sind gemeinsam unterwegs für den Herrn, für diesen wunderschönen, allerbesten Auftrag und schön, dass ihr das hier so macht. Das ist sowas von unwichtig, wie groß die Gemeinde ist oder klein die Gemeinde ist. Was deine Aufgabe ist, an welchem Platz du diese Aufgabe wahrnimmst, das ist so vielfältig. Das kann in der Ehe sein, in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz oder auch hier an diesem Ort wichtig ist, dass wir unseren Auftrag kennen, dass wir unseren Auftrag leben und dass wir unseren Auftrag lieben. In einem unbedeutenden Ort, einem ganz, ganz weit abgelegenen Dorf, wurde mal ein Prediger angekündigt. Nun war an diesem Tag leider ein unheimlich schlimmes Unwetter. Der Prediger hatte seine Mühe, den Ort zu erreichen. Er kam aber noch pünktlich in die Gemeinde. Als er in den Raum reinkam, saß da ein einziger Mann. Und dann überlegte er, was mache ich jetzt? Sie hat mich auch gefragt, was würde ich machen, wenn ich jetzt nach Donrad komme und hier eine einzelne Person sitzen würde. Würde ich dann die Predigt halten? Er hat es gemacht. Er hat gepredigt vor dieser einzelnen Person, weil er einen Auftrag hatte und er hatte eine Botschaft. Danach hat er den Ort verlassen und war viele Jahre nicht mehr in dieser Gegend. Als er mal wieder in dieser Gegend war, die Gegend besuchte, dann erfuhr er von den Menschen, dass in dieser Gegend so in der Zeit so einige Gemeinden entstanden sind und ihr ahnt schon, was passiert ist. Dieser einzige Mensch, dieser Mann in dem Gottesdienst, der hat den Herrn kennengelernt und der hat so ein brennendes Herz für den Herrn bekommen, so ein Eifer, dass er keine Ruhe fand und diese abgelegene Gegend evangelisiert hat. Und da sind viele Gemeinden entstanden und die Gegend wurde so gesegnet. Ein Mensch nimmt seinen Auftrag ernst, predigt vor einer Person, die zum Glauben kommt, die wiederum ihren Auftrag so ernst nimmt, sodass der Herr die ganze Gegend segnet. Nun, die Geschichten sind nicht immer so wie jetzt in dieser Geschichte. Die enden schon mal auch anders. Und ich möchte euch heute, ich weiß nicht, wo die PowerPoint-Präsentation, genau, anhand der PowerPoint-Präsentation oder eines Beispiels über Johannes den Täufer einfach mal zeigen, wie ein Weg aussehen kann und warum wir als Christen den allerbesten Auftrag haben. Johannes der Täufer im Dienste des Evangeliums und wir lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, die ersten acht Verse. Wer die Bibel dabei hat, kann die Bibel gerne aufschlagen, der allerbeste Auftrag und wir schauen uns die ersten acht Verse aus dem Markus-Evangelium. Ich lese zuerst den ganzen Abschnitt und dann gehen wir einfach nach der Bibelstelle noch mal durch. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. So, ich möchte zurück auf die, genau, so, und jetzt die nächste Folie, ach, ich muss einschalten, ja, Entschuldigung, so, genau, um euch etwas mitzunehmen, wer war von euch in Israel, zwei, 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 ich war auch noch nicht in Israel, deswegen dachte ich, vielleicht hilft so ein Bild uns, um uns in die Situation hineinzuversetzen, weil der Auftrag, den Johannes bekommen hat, der war in der Wüste und das ist schon sehr ungewöhnlich. Ich möchte euch aber auch mitnehmen in die Situation damals in Israel. Wir wissen ja, dass nachdem Israel aus der Gefangenschaft, aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen ist, Gott sie zurückgebracht hat und sie den Tempel aufgebaut haben und die kleinen Propheten gewirkt haben, kam eine Zeit des Schweigens. Wir lesen nichts mehr in diesen 400 Jahren bis zum Kommen unseres Herrn Jesus Christus auf dieser Erde über Israel. Wir wissen aber aus den Berichten der Geschichtsschreiber, dass es eine ganz schlimme Zeit war. Viele Kriege, Aufstände, das war ganz schlimm und wir kennen auch aus den Berichten der vier Evangelisten, dass die Situation in Israel, als Jesus Christus kam, auch ganz schlimm war. Wenn wir daran denken, wie viele Menschen zu Jesus Christus kamen, wie viele Kranken, was für eine große Not da war und vor allem auch, wie viele Menschen waren besessen von bösen, unreinen Geistern. Das heißt, der geistliche Zustand im Land war besonders schlimm. Nach 400 Jahren des Schweigens sendet Gott einen Propheten, der einen Auftrag hat und das ist Johannes der Täufer. Er hat den allerbesten Auftrag. Und ich möchte uns heute gemeinsam herausfordern an diesem Beispiel mit diesen drei Aufforderungen. Johannes kannte seinen Auftrag, er lebte seinen Auftrag, auch wenn es in der Wüste war, in einer toten Region und er liebte seinen Auftrag, sodass er bereit war, sein Leben hinzugeben und letztendlich hat er für seinen Auftrag mit dem Tod bezahlt. Kenne deinen Auftrag, lebe deinen Auftrag, liebe deinen Auftrag. Und wir werden feststellen, es ist möglich. Johannes hat es uns vorgelebt und viele, viele Christen vor uns haben das vorgelebt. Und wir dürfen das auch machen, weil wir den allerbesten Auftrag haben. Unabhängig davon, was wir machen. Ob wir hier singen oder die Geschichte erzählen oder Fliesen im WC legen. Ich staunte so über den Waschbecken, wie schön der gemacht ist. Ich baue zurzeit auch zu Hause um und deswegen war das für mich auch interessant, einfach mal zu schauen, wie schön das alles hier gemacht wurde. Jeder, der im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus unterwegs ist, auch wenn er Fliesen legt oder Teppich legt oder was auch immer er macht, nimmt Anteil an diesem wunderschönen Auftrag, den wir haben. Lasst uns jetzt die ersten drei Verse gemeinsam uns anschauen. Kenne deinen Auftrag. Anfang des Evangeliums. Wunderbare Worte. Anfang des Evangeliums. Geschwister, und ich sage euch, jeder von uns darf diesen Auftrag erfüllen. Wir dürfen am Anfang des Evangeliums stehen, an unserem Arbeitsplatz, in der Schule. Wir dürfen. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Johannes, der Täufer, bekommt einen Auftrag. Einen wunderschönen Auftrag. Er kennt, ich weiß nicht, wie der Auftrag Johannes vermittelt wurde, wie er darüber erfahren hat, aber er kennt seinen Auftrag. Er steht am Anfang des Evangeliums. Er darf den Anfang machen. Er kennt den Zeitpunkt. Er kennt den Ort. Und er kennt die Aufgabe. Und das ist für uns wichtig. Er bekommt den Auftrag. Und dann sagt er nicht, ich brauche noch jetzt eine Auszeit. Ich gehe mal an das Rote Meer, nach Ägypten. Erhole mich zuerst mal. Und dann steige ich mal richtig in den Auftrag. Der Zeitpunkt ist bestimmt. Der Messias kommt. Und bis dahin hast du die Aufgabe zu erfüllen, den Weg zu bereiten. Der Zeitpunkt ist wichtig. Er sagt nicht, ich mache noch ein Jahr eine Auszeit in Australien oder mache eine Rundreise in Amerika. Trifft man ja heute alles schon mal. So ist ja auch nicht verkehrt. Aber was ist dein Auftrag? Zu welchem Zeitpunkt hast du den Auftrag zu erfüllen? Was ist denn der Inhalt deines Auftrags? Kennst du deinen Auftrag? Johannes weiß, er ist der Wegbereiter für das Evangelium. Er wird vor dem Angesicht des Messias geschickt, um den Weg zu bereiten. Und er ist nur eine Stimme in der Wüste. Wenn wir das so überlegen, du bist eine Stimme. Du bist nicht der Inhalt des Auftrags. Du bist ein Botschafter. Eine Stimme, um den Weg dem zu bereiten, der einen größeren Auftrag hat. Wir hatten an der Schule eine Mutter, die erzählte mir, sie kam aus Amerika. Ihr Mann hat sie da geheiratet und dann kamen sie nach Deutschland. Und als sie dann überlegt haben, an welche Schule sie ihr Kind schicken, haben sie an die christliche Schule. Obwohl sie gar nicht in der Gemeinde waren, keine Christen, haben sie ihr Kind an die Schule bei uns in Gummersbach geschickt. Jetzt gibt es jeden Morgen, Morgenandachten. In der ersten Stunde, fünf Minuten, erzählen die Lehrer biblische Geschichten. Jetzt kommt die Tochter nach Hause und erzählt der Mama, was sie in der Schule so alles erlebt hat und erzählt auch die biblischen Geschichten. Und dann sagt die Mutter, als ich diese Geschichten gehört habe, ich wurde so unruhig. Das weckte in mir so viele Erinnerungen. Warum? Weil sie als kleines Kind diese Geschichten schon mal gehört hat. Ihre Eltern waren auch keine Christen. Aber sie hatte eine Nanny, die war gläubig. Und sie war dieser Wegbereiter. Die Nanny hatte ihr immer so diese Gute-Nacht-Geschichten erzählt, aus der Bibel. Sie wurde erwachsen, ging studieren, heiratete, komplett alles vergessen. Dann kommt sie nach Deutschland und ihre kleine Tochter erzählt ihr die Geschichten, die sie als Kind gehört hat. Ich dachte, ich hatte so ein Verlangen. Wieder Wunsch, wieder diese Geschichten zu hören. Was macht sie? Sie geht einfach in die erste Kirche, große Kirche, setzt sich sonntags dahin, ist ganz gespannt auf die Geschichten, die sie jetzt hören wird. Leider gab es an dem Sonntag nichts, was man aus der Bibel vorgelesen hat. Sagt sie, boah, ich war so traurig, ich war so enttäuscht. Sagt sie, okay, kann passieren. Nächsten Sonntag wieder, in die gleiche Kirche. Wurde wieder nichts vorgelesen aus der Bibel. Dann ging sie am dritten Sonntag in eine kleine Gemeinde, wahrscheinlich so wie eure. Deswegen ist das wichtig aus der Bibel, wirklich die biblischen Geschichten vorzulesen und zu erzählen. Sagt sie, und dann kam der Prediger und er las aus der Bibel. Und ich dachte, boah, hier bin ich zu Hause. Es vergeht nicht lange Zeit. Sie bekehrt sich, lässt sich taufen. Ihr Mann ist kein Christ. Dann vergehen ein paar Monate. Der Mann fängt auch an zu gehen in die Gemeinde mit ihr. und sie spricht ihn an und sagt, hör mal, Jan, ich kann nachts nicht schlafen. Wenn ich denke, dass wir in der Ewigkeit an verschiedenen Orten sein werden, das raubt mir den Schlaf. Dann sagt ihr Mann, mach dir keine Sorgen. Ich bin dabei. Ein paar Sonntage später steht er in der Gemeinde auf, bekehrt sich. Die ganze Gemeinde folgt jetzt Jesus und die machen ganz, ganz viel Dienst und ganz, ganz wichtige Dienste. Geschwister, wer stand am Anfang des Evangeliums in dieser Geschichte? Die Nanny, die wahrscheinlich die Geschichte gar nicht mehr mitbekommen hat. Die weiß gar nicht, was sie gemacht hat. Doch, die weiß, was sie gemacht hat, aber wie die Geschichte endet. Jeder von uns kann am Anfang des Evangeliums stehen. Da, wo wir sind, da, wo wir leben und das, was wir machen, können wir dazu beitragen, dass das Evangelium weitergegeben wird. Kennst du deine Aufgabe? Zerbricht dir nicht den Kopf. Sei einfach offen für den Herrn. Wenn du bereit bist, deinen Auftrag wahrzunehmen, dann wird Gott dich leiten. Dann wird er dich an den Ort stellen, zur richtigen Zeit, an den richtigen Ort, mit der richtigen Aufgabe. Sei nur bereit. Und er wird dir zeigen, was dein Auftrag ist. Manchmal weiß man das gar nicht, wie der Auftrag aussehen wird und warum man an dem Ort gerade ist. 1982 wurde ich noch zur Sowjetzeit von der Uni exmatrikuliert, aus ideologischen Gründen, damals noch in der Zeit der Verfolgung, in den Flieger, hinter Oral, in den Zug, in den hohen Norden, da, wo die Eisenbahn endet, haben die mich hingeschickt. Ich weiß nicht, wie kalt es da werden kann. Während meiner Zeit hatte ich bis minus 46 Grad erlebt, eine eisige Wüste. Und ich dachte, Herr, wieso bin ich hier? Warum das? Ich wollte ja treu sein. Ich stand zu dem Evangelium und jetzt dahin. Was ich erst später erfahren habe, da war 3000 Kilometer südlicher, im Süden von Kasachstan, ein junger Mann, der zum Glauben gekommen ist und der unheimlich Angst an seiner Verabschiedung zum Militär, ist er zum Glauben gekommen und jetzt hat er unheimlich Angst, wenn er jetzt da ankommt, was erwartet ihn? Und er erzählte mir später, sie standen am Bahnhof, der Offizier, der sie abholte, war gekommen und die Soldaten fragten ihn oder die Einberufenen fragten ihn, ja, welche Nationen gibt es da schon vor Ort? Und der Offizier sagte, ja, da gibt es Russen, da gibt es Usbeken, da gibt es Armenier, Georgier, Ukrainer und einen Baptisten gibt es da auch. Und er sagte, alle Soldaten lachten und ich jubelte, ich wusste, der Herr hat das schon vorbereitet, da ist ein Baptist in diesem hohen Norden, wo ich hinkomme und wir werden Gemeinschaft haben und ich werde gestärkt werden. Manchmal schickt Gott uns in die Wüste, wie er Johannes geschickt hat, um da unseren Auftrag zu erfüllen. Kenne deinen Auftrag. Liebe deinen Auftrag. Wir lesen uns die Verse 4 bis 6. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Busse zur Vergebung der Sünden und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Lebe deinen Auftrag. Johannes wird in die Wüste geschickt zu predigen. Wir haben uns die Wüste angeschaut. Er hat sich wahrscheinlich auch gefragt, was muss ich da machen? Ja, predigen. Ja, wie? In der Wüste predigen? Nein, wer wird mir zuhören? Und ich weiß nicht, ob er einfach sich auf den Hügel gestellt hat und anfing zu predigen. Vielleicht waren da keine Leute, vielleicht waren da ein paar Hirten. Und er predigt und verkündigt die Taufe der Busse zur Vergebung der Sünden. Und auf einmal Vers 5 Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Auf einmal strömen die Menschen dahin. An den Ort, wo Johannes seinen Dienst tut. Ich kann nicht sagen, wie lange es gedauert hat. Vielleicht waren es Tage, wo er sagte, ja, vielleicht gehe ich doch nach Jerusalem. Da treffe ich wenigstens einige Leute. Ja, und da kann ich mir auch irgendwo ein Zimmer mieten. Da kriege ich eine ordentliche Verpflegung. So würden uns die Gedanken kommen. Aber er wusste, sein Platz ist da in der Wüste. Euer Platz ist hier in Donrad in der Gemeinde. Ob es alles passt oder nicht. Ich glaube, ihr habt das hier besser als Johannes in der Wüste, oder? Ja, ihr habt das wirklich schön hier. Es gibt immer Wünsche. Man kann immer wieder was besser haben und machen. Aber kennst du deinen Auftrag? Weißt du, dass dein Auftrag hier ist? Und dann lebst du deinen Auftrag hier. Stühle stellen, Technik machen, Kinderstunde machen, predigen, singen. Lebst du deinen Auftrag? Und hier wird die Treue gefragt. Johannes lebte seinen Auftrag. Und da soll mir jemand sagen, dass die Kleidung bei den Christen keine Rolle spielt. Johannes war für seinen Auftrag richtig gekleidet. Kann mir jemand sagen, warum Johannes für seinen Auftrag richtig gekleidet wurde? Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Wessen Kleidung war das noch? 2. Könige 1, Verse 2 und 8 Und Ahasier fiel in seinem obergemachten Samaria durch das Gitter und wurde krank und er sandte Boten und sprach zu ihnen, geht hin und befragt Baal-Sebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Vers 8 Sie sprachen zu ihm, der Mann trug einen Mantel aus Ziegler, die begegnen Elia Der Mann trug einen Mantel aus Ziegelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aber sprach, es ist Elia der Tisbiter. Elia war am richtigen Ort, zur richtigen Zeit mit diesem Auftrag am Weg und er hielt die Leute an, aber was wichtig ist, wie er gekleidet war. Und jetzt kommt Johannes und deswegen wissen wir jetzt auch, warum die Menschen aus Jerusalem und ganz Judäa in die Wüste strömten. Johannes war richtig bekleidet und die sagten, hört mal, da haben wir irgendwie einen in der Wüste gesehen, der sieht ganz so aus wie Elia und der Predigter und der Schreiter und das hat sich in Windeseile im ganzen Land verbreitet und die Menschen kamen, weil sie wollten den Elia sehen. Johannes kannte seinen Auftrag, erlebte seinen Auftrag, nicht nur in dem, wie er predigte, was er machte, sondern auch, wo er das machte, zum richtigen Zeitpunkt, vielleicht waren das sechs Monate vor dem Jesus Christus kam, aber das war der richtige Zeitpunkt und er hat auch die richtige Kleidung, die passte zu seinem Auftrag. Deswegen, wenn man hier in der Kirche arbeitet, hat man Arbeitskleidung an, wenn man predigt, hat man entsprechende Kleidung an, wenn man Kinderstunde macht, hat man entsprechende, die Kleidung muss der Botschaft entsprechen, die wir verbreiten, wenn wir das Evangelium weitergeben, dann darf unser Erscheinungsbild nicht dem Evangelium widersprechen. Aber das ist nur am Rande. Wichtig ist ja, Johannes kannte und lebte seinen Auftrag. und der dritte Punkt Liebe deinen Auftrag. Liebe deinen Auftrag. Wir haben wirklich den allerbesten Auftrag. Wir haben die allerbeste Botschaft. Es gibt nichts Schöneres als das, was wir als Christen, als an Jesus Christus glaubende Menschen tun können, den Auftrag des Evangeliums auszuleben. Es ist anstrengend. Es kostet Kraft. Es kostet Opfer. Aber es ist trotzdem das Beste, was wir tun können. Liebe deinen Auftrag. Verse sieben und Acht. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schulriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Nur einer, der seinen Auftrag verstanden hat, der seinen Auftrag erfüllt liebt und der seinen Auftrag liebt, kann sowas sagen. Ich bin ganz ohne Bedeutung. Aber ich habe jemanden, für den ich diesen Dienst tue. Das ist mein Herr. Und deswegen mache ich diesen Dienst. Ich bin es eigentlich nicht würdig. Und ich bin es auch nicht würdig, heute hier zu stehen und zu predigen. Aber Jesus Christus hat uns alle würdig gemacht. Nur weil er sein Blut für uns vergossen hat, für uns gestorben ist, hat er uns würdig gemacht, den Dienst zu tun, den wir tun dürfen. Das ist ein Vorrecht, dass wir das tun dürfen. Das ist ein Vorrecht, hier das Gemeindehaus umzubauen. Das schön einzurichten. Es ist ein Vorrecht, in der Technik zu arbeiten. Es ist ein Vorrecht, für Jesus Christus die Kinderstunden zu machen. Und ich möchte euch heute Geschwister aufmuntern. Wenn ihr merkt, dass es für euch sehr schwer ist, diesen Dienst zu tun, den ihr macht, dann lasst uns gemeinsam beten, dass Gott uns Liebe zu dem Auftrag schenkt. Und diese Liebe bekommen wir nur, wenn wir unseren Herrn lieben. Weil wir unseren Herrn lieben, weil Johannes seinen Herrn liebte, war er bereit, auch diesen Dienst zu übernehmen. und er sagte, ich bin nicht würdig, seinen Schuhriemen zu lösen. Ich bin es nicht würdig, weil der, der da kommt, der, für den ich diesen Dienst tue, das ist mein Schöpfer. Das ist der allmächtige Gott. Der gerechte Gott. Und ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin einer, der durch den Herrn erlöst und befreit bin. Lasst uns unseren Herrn lieben und es gibt für den Herrn keinen unwichtigen Dienst. Es ist egal, was wir machen. Wenn wir das für den Herrn machen, in seinem Auftrag, dann ist das ganz, ganz, ganz wichtiger Dienst. Ein chinesisches Sprichwort, jetzt müsst ihr genau zuhören, um das zu verstehen, finde ich sehr treffend in diesem Zusammenhang. Weil ein Nagel verloren ging, ein kleiner Nagel ging verloren, ging das Hufeisen verloren. Weil das Hufeisen verloren ging, ging auch das Pferd verloren. Weil das Pferd verloren ging, ging auch der Reiter verloren, weil der Reiter verloren ging, konnte die Nachricht nicht übermittelt werden und weil die Nachricht nicht übermittelt werden konnte, wurde der Krieg verloren. Am Anfang war ein kleiner Nagel. Vielleicht fühlst du dich auch unwichtig, unbedeutend. In den Augen des Herrn bist du ganz, ganz, ganz wichtig. weil er hat für dich genauso sein Blut vergossen wie für jeden anderen, für die wichtigste Person auf dieser Welt. Und wir sind die wichtigsten Personen. In einem bestimmten Zusammenhang musste ich letzte Woche auch daran denken. Ich dachte auch, wie unwichtig das ist, was ich gerade da erlebe, weil im Reich Gottes sind wir Könige und Priester. Einer höheren Stellung gibt es nicht. Wir sind im Reich Gottes an der obersten Stelle. Und Jesus Christus hat sein Blut dafür vergossen, um uns in diese Würde zu bringen. Und wir sind ganz, ganz wichtig. Wir können an vielen, vielen Stellen am Anfang des Evangeliums stehen, wenn wir es begreifen. Auch wenn wir uns wie ein kleiner Nagel sehen, denken wir daran jetzt, auch in der kommenden Woche, auch in Zukunft, weil ein kleiner Nagel verloren ging, wurde die Nachricht nicht übermittelt und der Krieg wurde verloren. Wenn wir unseren Auftrag nicht ernst nehmen, kann es passieren, dass das Evangelium nicht übermittelt wird. Und einer, der die Botschaft hören sollte, sie nicht hört. Denken wir an das Beispiel am Anfang der Predigt. Der Prediger sagen würde, ach, das Unwetter ist so schlimm, ich schaffe es sowieso nicht pünktlich, ich fahre gar nicht los, ich bleibe zu Hause, würde das Evangelium nicht übermittelt werden. Der Mann in der Gemeinde würde die Botschaft nicht hören und wir wissen nicht, was dann passieren würde. Der Herr hat natürlich Wege und Mittel, aber letztendlich menschlich gesehen wäre es nicht förderlich für das Evangelium. Wichtig ist die Bereitschaft zum Dienen. Ich finde einer der wunderbarsten Bibelstellen über unseren Herrn Jesus Christus in Markus 10 Vers 45 denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen um sich dienen zu lassen sondern um zu dienen um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele was für ein wunderbarer Herr Jesus Christus unser Herr unser Vorbild unser Beispiel er ist gekommen um zu dienen jetzt stelle ich ganz harte Frage eine ganz harte Frage wofür bist du in der Gemeinde hast du diese Einstellung die unser Herr Jesus Christus hatte Jesus Christus ist gekommen um zu dienen Johannes kam um seinem Herrn zu dienen und er sagt ich bin nicht würdig ein Schuhriemen zuzubinden aber er war bereit in die Wüste zu gehen um zu dienen Geschwister ich will euch nicht traurig machen niedergeschlagen machen aber ich will euch herausfordern weil das ist was schönes ist dem Herrn zu dienen und er ist gekommen ist Mensch geworden und die Bibel sagt dass er in allem seinen Brüdern gleich geworden ist außer Sünde und er hat den Menschen damals gedient und manche Leute sagen ja Jesus Christus hatte seine Zeitplanung im Griff er hat alles gemanagt schenkt aber achtet ihr auch auf die Bibel verse wo die Bibel uns berichtet dass er bis zum umkippen geschuftet hat Markus 3 lest mal das Kapitel durch er hatte keine Zeit zum schlafen er hatte keine Zeit zum essen und seine Verwandten kamen was haben gesagt der ist verrückt wir müssen ihn hier abholen das geht so nicht der macht sich selber kaputt ich will nicht sagen jetzt müssen wir alle schuften bis zum umkippen aber es wird Zeiten geben wo wir Opfer bringen müssen wo wir am Ende der Kräfte sein werden Jesus Christus war das auch nach 400 Jahren des Schweigens sah er den Elend des Volkes Israel und er sagte nee ich kann nicht ruhen wenn ich das sehe morgens früh war er schon auf bis in die Nacht hinein heilte er die Menschen weil er wusste er hat nur eine kurze Zeit zum Wirken wir haben auch eine kurze Zeit solange das Licht ist bevor die Finsternis kommt lasst uns wirken und dem Herrn dienen unsere Aufgabe ist wegbereiter zu sein und es kann unterschiedliche Dienste geben möchte euch erinnern an Lukas 8 Verse 1 bis 3 da werden Frauen erwähnt man vergisst das oft man predigt vielleicht oft über die Jünger Jesu aber hier wird auch ein ganz wichtiger Dienst erwähnt Lukas 8 Verse 1 bis 3 die ihm dienten mit ihrer Habe. Jesus hatte keine Zeit zum Schlafen und zum Essen. Aber die Frauen, die standen bereit. Und die haben das Beste gemacht, damit, wenn der Herr fünf Minuten Zeit hat, damit er nicht lange warten muss, damit er einen Happen zwischendurch nehmen kann, essen kann. Ein wunderbarer Dienst. Ein wunderbarer. Ich wäre gerne dabei. Ich hätte sie gerne beobachtet. Siehe so wie ihr, wenn ihr in der Dankfest feiert und so die Frauen in der Küche oder was auch immer. Die waren dabei und haben damit gedient, was sie tun konnten. Willst du ein Wegbereiter für Jesus Christus sein? Lukas 10, 1, auch eine wunderbare Bibelstelle, wird überlesen. Lukas 10, 1. Könnten wir uns auch noch anschauen. Er berichtet uns. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte. Und jetzt kommt das. Wohin hat er sie geschickt? Orte und Städte, wohin er selbst kommen wollte. Sie waren Wegbereiter. Sie gingen einfach an den Ort und predigten da. Und Jesus Christus kam dann später. Tage, Wochen, vielleicht Monate später. Aber sie waren die Wegbereiter. Und dann kam Jesus Christus und sagte, ja, ich bin hier. So tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir dürfen auch Wegbereiter sein. Vielleicht erleben wir das nie. Vielleicht erst in der Ewigkeit, was das bewirkt hat. Ich lasse mal von einem Mann, und damit komme ich zum Schluss. in Sydney. Ein alter, kleiner, buckeliger Mann, der nichts anderes gemacht hat, als im Hafen von Sydney, wo viele Schiffe ankamen und viele sündige Menschen an den Ufer kamen oder im Hafen ankamen, die ihr sündiges Leben nachts auslebten. Und er hatte Traktate in der Hand und schlich dann durch die Gegend. Und wenn er die Matrossen gesehen hatte, kam er auf sie zu und stellte eine Frage. Wenn du heute Nacht stirbst, weißt du, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Die waren schockiert einmal vom Aussehen dieses Mannes. Der sah nicht unbedingt sympathisch aus. Dann drückte er ein Traktat in die Hand und verschwand wieder. Und weltweit auf verschiedenen Konferenzen wurde ein Pastor aufmerksam gemacht und viele berichteten, bekannte Missionare und so, wie sie zum Glauben kamen. Und von manchen hat er gehört, ja, irgendein Mann nachts in Sydney hat mir ein Traktat in die Hand gegeben. Manche sagten, in dieser Sekunde war ich nüchtern. Die Frage hat mich so schockiert, wo wirst du die Ewigkeit verbringen, wenn du heute Nacht stirbst? Ich hatte keine Ruhe. Ich bin dann direkt ans Schiff gegangen, mir das durchgelesen und das hat mich so bewegt. Ich bin zum Glauben gekommen und wollte ab dem Tag nur noch dem Herrn dienen. Der Pastor macht sich auf den Weg, findet nach längerer Suche diesen alten Mann. der liegt im Bett schon am Sterben. Ein kleines Zimmerchen, sonst nur Bett, Tisch, mehr nichts. Und der erzählt ihm diese Geschichten und dieser alte Mann sagt, boah, ich mache das 45 Jahre. Ich habe noch nie gehört, dass jemand dadurch zum Glauben gekommen ist. 45 Jahre macht er diesen Dienst. Jeden Tag, jede Nacht, bis er nicht mehr kann. schon eine bewegende Geschichte. Er liegt im Bett und der Herr ist vergnädig und schickt ihm noch diesen Trost und er erfährt, was er als Wegbereiter für viele Menschen bedeutet hat. Und die Menschen, die durch seinen Traktat zum Glauben gekommen sind, die haben diese Botschaft weitergetragen. Was für ein Segen. Willst du ein Wegbereiter sein für diesen Herrn und Erlöser, der sein Blut für uns vergossen hat, für viele, viele Menschen, die auf diese Botschaft warten? Johannes war bereit, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, in der Wüste, den Auftrag zu erfüllen. Ich möchte es noch mal betonen. Ich möchte nicht, dass ihr jetzt irgendwie niedergeschlagen seid. Nein, wir haben einen guten Herrn und er hat für dich eine schöne Aufgabe. Du kannst dich darüber freuen, lasse dich auf den Herrn ein und du wirst etwas erleben, was dich mit Freude erfüllt. Ich freue mich über die Ewigkeit. Wir werden echt überrascht sein, was der Herr daraus gemacht hat, aus diesem Wenigen, was wir bereit waren zu machen, was er daraus gemacht hat und wie wir für viele Menschen zum Segen waren. Dafür können wir den Herrn wirklich anbeten, ihm danken. Ich weiß nicht, ob ihr noch eine Gebietsgemeinschaft nach der Predigt, ja. Wollt ihr diesen Herrn anbeten? Wollt ihr den Herrn danken für diesen wunderschönen, allerbesten Auftrag, den wir haben? Nichts ist vergleichbar mit dem, was wir als Auftrag haben. Dafür können wir den Herrn anbeten. Er ist einfach wunderbar. Unser Herr, unser Erlöser. Lasst uns aufstehen und eine Gebetsgemeinschaft haben. und eine Gebetsgemeinschaft haben.